Musik So, beat us Machen wir das so Dann passt das Ich schade, dass man weiß, ob jeder noch mal gesagt hat Ja, gell Mir egal Ich will mit dem Outdoor voll ein gutes Spiel erreichen Das ist der einzige Zimmer hier Beziehungsweise das größere Ziel des Forschungspunkte So, nochmal Marketing rein klatschen What? Einer mit Oh, schön drauf da Gut, jetzt hebt sich das eh nicht, aber ist ja egal Mal so langsam in den Urlaub, meine Jungs und Mädels Boah, ich dachte schon, wäre wieder ein Scheissmack, ey So, kannst du in den Urlaub Dialoge, Grafik Schön Forschung Besserte Körpersprache Ich hab mal ein bisschen einfache Körpersprache In der Engine drin So, Urlaub Und Urlaub Erste Bewertungen Komm, Zehner, Zehner, Zehner Komm, jawoll So muss da, noch ein Zehner Und noch eine Gnade, neun Aber du gibst eine Zehn Perfekt Hat sich das doppelte Marketing sogar noch gelohnt, Freunde Spielbericht Gib ihm So Zack Zack So Jetzt sind wir auch schon bei Plarin Ich bin begeistert So Könnt ihr forschen Fangen von oben an Dynamische Welten Dapp, 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 verschenken Interaktive Erzählung Äh, das Schön Ich weiß, ich bin der Chartmaster Ich bums alles weg So muss das Unsere Analysen Wichtig, großartig Perfekt Bing, bing Und direkt grad nächstes Spiel Machen wir eine Fortsetzung Hatten wir jetzt schon Komm, da kriegen wir besser ein Plattform Wo ist der PC Und dann das der Chirurgie war Für Keine Ahnung Wer wird für alle sagen Großes Spiel Klinik Klinik Live Mama Einere Tasse gekommen Zwei Party Das passt zu einer Klinik Gib ihm So muss das So muss das Wirklich auch noch gute Spiele Das heißt, ich muss nicht unbedingt eine neue Engine haben So Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht Das da brauchen wir Und das da brauchen wir Das hätte ich gern überall drin Postwort Gib ihm Silber Östers Kiebstoff Ich will Geld Profitgeil Vorlife Und Forschungspunkte Ich ebenfalls haben will Künstlich sind die ganz hoch Dialog Komplett runter Das so Dialog brauchen wir Können wir nicht Und dann wollen wir dich haben Und Dankeschön Weiter geht's Erstmal was Saufen Erstmal die Flasche öffnen Sehr schön Saufen Jawoll Klatschen wir gleich noch Marketing rein Juck ein Ralf Machen wir Surround Sound Soundcheck will er nicht Ich will mal gucken, wo ich da gedrückt krieg Jupp Open World brauchen wir nicht Tag-Nacht-Zyklus brauchen wir nicht Detail-Tail-Termote Also machen wir visto ein Post Gegen So Boots Boots Hallo Marketing Auf da Das Das Marketing Leben Düt mich Hype wackelige bildschirr schweb über schweb über pack löschen pack löschen pack löschen ja gut das ist ok, wir müssen den stand auswählen veröffentlichen, gealterhöhung, neue forschungen man wisst ihr was, direkt neues spiel thema alternativen geschichte, strategie, abenteuer, rollenspiel letzte war simulation, ach komm, wir machen mal rollenspiel wieder passt dafür, die inbox hat aber mehr das militär nehmen wir action, abenteuer simulation, aber simulation laufen nicht so gut action oder rollenspiel machen wir mal ein action spiel bei militär und action müsste da auch funktionieren testen wir groß für erwachsene äh, militär ist für erwachsene, ja war ja euer ziel und das nennen wir call of code nein, ich will hier kein spiel abwerten, quatsch die ersten bewertungen sind da, ok dann gib mal rein da, ein 8, ein 7, 8, komm ne 9, gib ne 9, figg dich 7, 7, 5er passt schon engine hoch, datrona ich hab mir noch ein bisschen gedrückt da ist alles tun da ist alles tun super, wunderbar große kampagne direkt ein bisschen marketing ich weiß gar nicht wie viel marketing sie überhaupt auswirkt wir egal wir haben jetzt gleich noch die g3 die wird dann ordentlich in halb drauf knallen so jetzt kommt der botz ja komm, schneller, 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 schneller blablablabla Zeit ist Geld so, ich bin natürlich die 1 und mit Klinik live fahren wir geil jup äh, mehr Sound aber jetzt gleich Dialoge brauchen wir nicht passt den Satz jetzt verschötigen jetzt Platin gekriegt ha erfreulich wenn man 20 Jahre braucht weil man 20.000 Mal unterbrochen wird von einem Spiel so, das schöne war wir haben jetzt grad mit der Messe das Spiel beworben und das Spiel beworben das ist halt nicht geil einfach weil ich das Money hab kurz rein mit den Kampagnen ach quatsch das ist halt schon gut Spiel wird die sein Roburt Tag Nacht reicht Ge projected die begrüchen wir nicht war nur ein Hype richtig schön dick ein Hype mit datlypt hier ich glaub Militär action müsste ja funktionieren bei Call of Duty Battlefield fellow und Visa das sind ja auch alles Militärs action daher denke ich zumindest so die geldzahlen funktionieren die zu 100 prozentig spielerisch ist die frage da hatten sie ihre zeit so reichkollegen ich möchte einfach rein haben technologierekord natürlich steigt er da wieder da wieder natürlich gibt mir noch mehr forschung auch nicht aber jetzt kommen ein bisschen forschen das da wertungen 8er 9er 8er auch da fehlt noch triple a eigentlich hieß es wenn du eine 10er kriegst bei einem großen spiel ist es triple a naja gut mache ich komme ich fange von oben an forschung das kann ich noch ans erforschen marktanalyse gehabt nichts neues kann ich noch online spiel machen jetzt brauche ich 300 easy ein thema gold start ist erreicht in der zweiten woche in der dritten woche noch viel viel mehr vertickt das ist gut die statistik mag ich dritte vierte woche vertickt schon mal mehr als die ersten beiden hier oben sehr gut sei du fertig dann könnt ihr mich in den urlaub um warte mal in der schweißel wo naja machen wir eine produktplatzierung so in den Urlaub in den Urlaub in den Urlaub ich muss gerade der Absursten aber ich unterdrücke es Spielbericht in den Urlaub und in den Urlaub so dann passt das das könnt vielleicht trainieren Sozialisierung sind auch schon da hmm will man Pixel Cup machen ne ok, im Bock sind alle wieder da ich entwickle eine Fortsetzung zu einem ganz alten Spiel geiles ich glaube davon haben wir schon mal was entwickelt aber juckt die nicht die meinen, das wäre jetzt neu das war ein Abenteuer ne ja Fantasy Abenteuer Fantasy war für alle so Abenteuer ja gut, hier ist es ja nicht für alle aber Abenteuer läuft da gut ist es ja nicht der Urlaub dann toll aber passt schon groß ins Spiel Mystery Health 2 so Mountain kreativ putz weiter natürlich kommt natürlich in Product Placement rein vor allem in einem Fantasy Abenteuer sind Rote Fässer immer genial einer mit komplett rohner braucht keiner Fullmotion fortschrittliche unverzweckte Story bitte Gempel darf noch ein bisschen hoch da können nämlich alle Sachen drin boah, breit gib ihm gib ihm Marketing Freunde ich bringe eine Fortsetzung raus von meinem allerersten Spiel weil ich eine Garage entwickelt habe Kauf, 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 Kauf Kaufe Sollte hoffentlich besser als ein 7er sein das Spiel Hoff ich ja mal Dialoge hoch Intelligenz runter Boots, so K.I. Gefährten Okay Mach mal K.I. Gefährten Am Anteil sind doch besser Machen wir halt so Batz, gib ihm So muss das laufen Nerd M P P Microsoft macht jetzt auch sein Bufferface Balladjums Call of God hat sich genug verkauft Wir sind immer noch über der 2-Millionen-Marke ganz locker easy Finden uns hier nicht im Stress Hörmacht Sonst K.I.ähr Da und da Ist mir jetzt über Egal dass der Ruffkoster hier sich überanstrengt Quatsch Sch Instellers Und so Hörmacht Hörmacht oder Goat Gib ihm Einfach weil ich geil bin Gib ihm da Momohass im Aktiv Einfach ran da Ran in die Kirsche Wie der Krieger sagt Sudele, Nachrichten, Nintendo, Wii U, ja, die Wii U, krassestes Game ever, game vor allem, krasseste Konsole ever, nicht. Ich hoffe, wir bekommen jetzt keine Forschung, scheiße, aber ich gehe stark davon aus. Ich würde am liebsten jetzt noch ein Spiel machen, wo ich keine Forschung, also wenn ich jetzt keine Forschung bekomme, nächstes Spiel keine Forschung habe, hier 300 habe, könnte ich nämlich alle drei Forschungssachen wie New Angel machen, wie viele da die Mega-Games machen. Gut, kriege ich das Game jetzt auch nochmal einen Hype drauf, komm mal hin, das Design tut mich eh wenig, ah, nacken. So, Messestand wurde besucht, Hype kostet man nicht so krass aus, aber am 588er-Halb ist schon okay, Designs-Rekord, im Level-Design ist natürlich hochgegangen. Damit wir da ein bisschen Forschung kriegen, ne? Kleine Forschung, kleine Ladebildschirme. Juhu. Kriegen wir denn? Neun. Neun. Ne zehn, sehr schön. Noch ne zehn. So, neuneinhalber. Ist auch nicht schlecht. Bist du mal einen Bericht. Natürlich sind das dann Hunderter. Mach da da. Mach da da. Über deine Pötte kommen mit. Begeisterung. Tschüss. Ich mag Begeisterung. Starke Zielgruppe alle. Okay, wahrscheinlich habe ich deswegen noch einen Hype gekriegt. Zurück zu sehen, na. das werden die Leute nicht sonderlich mögen wer hat das gedacht in ein Abenteuerspiel dass die rote Fester nicht wirklich relevant sind das ist nicht nur eine Geschlechter das wäre alles Abenteuer, okay ja, ich bin halt der Boss so ist es halt wenn ich mit dem Entwickler, dann entwickelt sich das natürlich vorliegend keine neuen Erkenntnisse und damit ist die heutige Session auch schon wieder vorbei Freunde wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wenn es wieder heißt Gamedev Tycoon Ciao